Mit der Geofencing-Funktion können Aktionen oder Szenen gesteuert werden, wenn ein Benutzer einen vorher definierten Ort betritt oder verlässt. Wenn zum Beispiel ein Benutzer seinen Arbeitsplatz verlässt, kann die Temperatur bei ihm zu Hause auf 20 Grad angehoben werden oder wenn dieser das Haus verlässt, die Alles-Ausszene aktiviert werden. Bevor Sie eine Geolocation definieren, stellen Sie bitte sicher, dass mindestens ein Smartphone im Maybuschjäger-Portal registriert wurde. Gehen Sie im Menü Einstellungen auf Orte und wählen Sie neuen Ort erstellen. Sie können den Ort per Adresseingabe mit der Lupe auf der Karte oder durch direktes Klicken auf die Karte definieren. Die genauen GPS-Daten können Sie im Menü darunter eingeben. Die Steuerung oben dient zur Benennung des Ortes und zum Löschen nicht mehr benötigter Orte. Zur Erstellung von Aktionen können Geolocation als Vorbedingung oder Ereignis verwendet werden und das System ist nicht auf ein einzelnes Smartphone begrenzt. Jeder bei Maybuschjäger registrierte User kann als Vorbedingung oder Ereignis definiert werden. So kann zum Beispiel die Szene Alles-Aus ausgelöst werden, wenn alle oder die letzte Person das Haus verlassen haben. Dies kann im Menü Aktionen eingestellt werden. Wählen Sie erst die anzusteuernde Komponente und definieren Sie dann unter welchen Bedingungen diese angesteuert werden soll. Zum Schluss muss dann noch die Aktion definiert werden, in unserem Fall, dass der Temperaturregler in den Eco-Modus geschaltet wird.